Ein Couplet, meine Damen und Herren, ist ein satirisches oder politisches Lied mit Kehrreim. Also aus Baden-Württemberg, weiß nicht. Ein der Kehr-Wochen-Song. Eine eigens dafür gegründete Art der Haltungsgesellschaft, also eine AG. Sie gelingt es seit vielen Jahren das Beste, diese traditionellen Liedformen mit neuem Leben und Inhalten zu füllen. Hier ist, ja, die Couplet AG. Hallo Schiepst, haben Sie meine Rente g'sehen? Hallo Schiepst, haben Sie meine Rente g'sehen? Schauen Sie mal, vielleicht sitzen Sie drauf. Sie, schreiben Sie's auf, schreiben Sie's mit. Sie müssen gleich den Papst und die Bergwacht anrufen, ist ganz dringend. Die Frau Merkel ist eine verwunschene Schlingpflanze. Ja, die wuchert jetzt ganz Deutschland zu. Darum finde ich auch meine Rente nicht mehr. Und wenn Sie meine Rente sehn, bitte nicht der Frau Merkel-Gimmke. Schreiben Sie's auf, schreiben Sie's mit. Nicht der Frau Merkel-Gimmke. Wir waren stets genügsam, welten brav die CSU, Urlaub nur in Pipione und Bad Birnbach ab und zu. Sparsam leben, Steuern zahlen, hieß es für uns Tag und Nacht. Für die Rente war's zu wenig, die hat der Staat längst durchgebracht. Wir wollen keine Riester-Rente, wir wollen Riester-Rente haben. Damit wir dann im Alter die Pflege können zahlen. Weiß ich, Rentner so vermehren, haben den Spritpreis jetzt erhöht. Für die Endlösung am Land draus, die Idee ist gar nicht blöd. Autofahren zum Doktor, purer Luxus nicht mehr drin. Und so schwindet ganz natürlich das Rentnerfolg dahin. Wir wollen keine Riester-Rente, wir wollen Riesters-Rente haben. Damit wir dann im Alter die Winden können zahlen. Rentner, hört ihr die Signale? Alle Zeichen stehen auf Sturm. Auf zum Kampf, ihr Senioren, nie da mit dem Riester-Wurm. Und dann schnappen wir den Riester, der's noch immer nicht kapiert. Dass man hier bei uns in Deutschland ab 60 Rentner wird. Wir wollen keine Riester-Rente, wir wollen Riesters-Rente haben. Damit wir dann am Ende den Grabstein können zahlen. Wir wollen keine Riester-Rente, wir wollen Riesters-Rente haben. Damit wir dann am Ende den Grabstein können zahlen. Wir wollen keine Riester-Rente, wir wollen Riesters-Rente haben. Damit wir dann am Ende den Grabstein können zahlen. Das war die Kouple AG, ab morgen wieder hier in das Erfolgsprogramm.